Ich habe sehr schnell festgestellt, das Lesen der Expertenstandards alleine reicht nicht aus. Die Intention für dieses Weiterbildungsprogramm war letztlich der intensive Dialog mit Kollegen aus der Praxis. Das Ziel unseres Angebotes ist, die Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichen Praxisfeldern bei der Arbeit mit den Expertenstandards und dem Audit-Instrument zu unterstützen, Anregungen zu geben, aber auch die Möglichkeit des Austausches und des Netzwerkes zu geben. Das Wissen noch mal vermittelt zu bekommen. Wie sieht eine Projektplanung aus, das Audit, wie ist es durchzuführen, wie kann das Ganze noch mal gestaltet werden. Im ersten Modul haben wir die Aufgabe gehabt, ein Audit in der Einrichtung durchzuführen. Und jetzt in dem zweiten Modul haben wir dann sehr intensiv darüber gesprochen. Und auch das hat uns diese Sicherheit gegeben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Informationen zu unserem Weiterbildungsangebot finden sich auf unserer Homepage. Hier sind detailliert Informationen über die Inhalte und die Struktur der jeweiligen Module. Und es besteht dort auch die Möglichkeit der Anmeldung. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020